Halli Hallöchen und Willkommen zurück bei Dauntless ne DarkHolo Dauntless ja DarkHolo Willkommen zurück bei DarkHolo hier mit der Fähne genau wir spielen wir sind zu viel da wollte ich ein Team wo waren wir denn stehen geblieben genau wir haben hier so einige Sachen gemacht eine Space Tuster geht halbwegs so ich habe mir mal eine Markierung gesetzt wo ich hin möchte ich weiß schon gar nicht mehr was wir hier gemacht haben ehrlich gesagt nein da wollte ich nicht achso genau ich wollte jetzt mal gucken wo möchte ich denn hin da hinten wäre noch eine Insel die wir nicht hatten dann gehe ich auf die andere Seite mal gucken entgegengesetzt wird das ja gerade in die Richtung wo die zwei Inseln sind da bin ich auf dem Weg dann gehe ich in die andere Richtung da sind ja auch noch welche gucke was da ist damit wir ein bisschen schneller sammeln können das ist immer so praktikabel dann warte mal umgucken dann in die richtige Richtung ja oh wir haben gleich auch noch einen Überfall da wollte ich jetzt das ist Waaah Huyyah Oh, hier ist ne hohe Versäuchung eigentlich, oder? Uaaaaah Weg! Mach mir Ruhe! Wenn er auch schon lange nicht mehr gespielt hat, ist das voll ungewohnt, was? Mhm Interagieren? hinter agieren und versäuchte 13 das geht ja noch gut versäuchung 35 ja was man wieder glücksgriffe gemacht ich mache hier mal glücksgriffe wir sind im sommer das weiß ich jetzt wohl ja wir haben hier auch schon viel durchgeforscht an sich es hat ja unendlich spaß ehrlich gesagt ich muss da oben hin ach über die brücke wie komme ich da drauf ach dann muss ich da oben naja dann gehen wir mal hier durch das macht unendlich scharf ich merke gerade ich habe keine schusswaffen das ist ich habe hier ein fabrikgebäude ich habe hier ein fabrikgebäude ich finde das entdecken immer noch schön trotz dass man das ja schon so ein bisschen kennt ich habe mich mal gehalten geheilt 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 heilige und brücken und brücken und auch das ist echt da ist was mitten im wasser also in den etat zeugs das sieht geil aus das ist wie so ein turm da gehe ich aber erst später hin ich weiß ja jetzt wer das ist ich hoffe ich habe noch irgendwo waffen sonst wer es schlechten ich weiß ja jetzt ich weiß ja jetzt Ja gut, ich glaube nicht, dass ich in 6 Minuten die Pinsel hier durch habe. Da unten ist auch noch was. Oh nein, da ist schon wieder so in die Karte. Oh, ich glaube, er ist auf mich aufmerksam geworden. Hi! Aua! Mann! Was macht um endlich Spaß? Ja, macht es! Ah, ich habe eine neue Waffe gewonnen. Das war nicht die beste, aber hey. Ich fühl das so unendlich genau. Alter! Ja. Alter. Der Hedo kriegt die Krise. Ja. Blaupausen wären dann immer so schlecht. Oh Gott. Haben wir hier schon den Turm angekabelt? Weißt du, was war das denn auswendig? Ich meine schon. Oh, hier hinten! Da hinten ist noch ein Strahl. Ich weiß, was gehört noch zu der Insel, da muss ich irgendwie nachher rüberkommen. Ach, da hinten ist die Brücke. Oh, oh, ich hör doch da was. Wer tapselt denn da so? Wer tapselt bei Nacht und Nein? Ich finde das so mega, wenn du das hörst, wenn die so, ne? Wie gehe ich, naja? Ich weiß nicht, ob das so nice ist. Ach, manchmal ist das witzig. Ach, warum sieht der Dicke mich denn jetzt schon? Du bist zu auffällig. Du bist zu fett. Alter! Kurz healen. Jetzt hab ich zwar kein heal mehr dabei, aber ist egal. Alter, Level 17, 16 weiße. Scheißviecher. Scheißviecher, ey! Da bin ich. So, geht das Stufe 9 nur noch? Und wo müsste noch eine Karte sein? Oh, wir sollten jetzt mal langsam, glaube ich. Ich könnte teleportieren. Ich muss ein Teleport steinwärtig gucken mal hin. Ich glaube ich nicht. So, ich muss jetzt gleich zurück. Du 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 du. So. Und nochmal zwei Wegelchen angeschlossen. An unserem Import-Export-System Ich bin runtergefallen Die Suche nach den letzten Dingern Hier ist auch irgendwo eine Karte Guck doch auf die Map, dann siehst du das Okay, die Karte müsste irgendwo in die Richtung sein Aber wo ich die jetzt versuche zu holen, ist das Nicht gut, meinst du? Nee, weil ich warte jetzt gleich mal eben zurück Ein so ein Ding ist da noch irgendwo Ach da, ich sehe es sogar noch Und dann ist die Insel gereinigt Ah, bei mir noch nicht Ich brauche noch rein Nee, zwei Dingern, Entschuldigung Jetzt noch eins Oh nein, so ein dicker schon wieder Das gibt's nicht Akku muss irgendwo hier sein Aber ihr könnt jetzt überall Ah! Puh, oh Gott Das ist so ein Wasserturm, da war ich dann gar nicht Wahrscheinlich finde ich die Karte eh erst, wenn ich nicht direkt danach suche Das ist meistens so, ja Also hier ist auf jeden Fall noch Platz nach oben, meinst du Okay, die letzten drei Äther-Dinger habe ich gefunden Machen wir erstmal die Verseuchung hier weg Zack Ja, ich glaube ich komme jetzt erstmal zurück Huiii 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 Huibum Das nervt mich jetzt ein bisschen. Flup. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Richtig, äh, richtig in Strecke bleibe. Ist das die richtige Strecke? Ich weiß es nicht. Es sieht, glaube ich, gut aus. Es sieht gut aus. Ich bin bei euch. Moin. Ihr habt Spaß, ne? Ähm, sag mal. Ihr kleinen, äh, Wichte, warum... Warum sieht denn das Essen schon wieder so schlecht aus? Moin, die war schon nicht so viel fressen. Das kann auch sein. Ich ahne, wo das ist. Quatsch, äh, wie war denn das nochmal? Zehen, ne? Was? Ah, Bissen machen. Also, Sachen bauen, so. So wie dein Schuhhaus. Es nervt jetzt langsam. Ich find die fucking Karte nicht. Oh, können wir nicht. Okay. Oh, äh, Überfall. Ja, ich komm zurück. Bin auf dem Weg. Das war nämlich gar nicht so weit. Ich find jetzt nur gerade die Karte nicht. Muss man nochmal hier hin. Quasi. Ich muss mich mal heilen lassen, ne? Ein Heel, bitte. Danke. Oh, da ist schon einer drin. Das ist weniger gut. Oh, ein Richter. Tag, mein Richter. Sei mein Richter. Ey, du Drecksack. Oh, ne, nicht da machen. Ist gemein. Aua. Oh, ich hab keine Munition mehr. Das ist natürlich schade. Alter, warum ist denn der so stark? Fake. Ja. Du bist hoffentlich da schon. Na, der... Du kannst nicht auf den Richter schießen. Ach, der ist gerade in der Blase. Hier müsste dann irgendwo noch einer noch Gegner sein, eigentlich. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Dann ist das Game jetzt verpackt. Ah, ich hab... Ja, jetzt kommt der Richter auch dann. Na, der ist unten. Das war so ein kleines Puffel. Da schießen wir nicht überhaupt mal. Ja, genau deswegen. Ich hab' ne Richter hin. Hinter der. Ich glaub, der ist... Ne, ja, hier ist ein... Oh, nicht nur da. Hundi. Oh, Mann. Ich hasse es, wenn ich... Vorsicht. Acht Stück noch. Zack, Hundi ist weg. Und da kommt schon der nächste... Ich glaub' auch so ein Hund. Na, hier kommt noch so ein Fetty. Da kommt noch ein Fetty. Und ein Richter. Ich glaub' auch so ein Fetty. Aua. Der hat mich fett erwischt. Oh, der eine ist weg. Ja, hier sind alle, glaub' ich, grade. Ja, ich komm' zu dir. Alle Gegner wie Suess und äh... Ah, shit. Und der Richter auch. In der Base. Ne. Doch, der Richter ist so in der Base. Natürlich ne. Ich hab' doch gesagt, ich seh' schon. Oh, Strom hat sich gerade erledigt. Ja, wir haben unseren kompletten Essen und so weiter abgeschaltet. Alles zerstört. Wir brauchen gleich wieder auf, äh... Wir müssen jetzt noch eine. Ach, da hinten. Ah! Oh, ich komm' nicht mehr. Ich darf nicht mal getroffen werden. Uh. Wir müssen mal ganz schnell heilen. Puh! Ja. Das heißt, wir brauchen noch Laufband. Ne, Laufband nicht mehr. Kein Laufband. Der hat die Strom, die gar kaputt gemacht. Ach, diese... Sonnenkollektoren. Warte. Ich baue mal eben. Ja, das ist immer Z war das. Na, genau. Ja. Äh... 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 Da ist das. Da ist das. Da ist das. Ein bisschen Energie. Äh... 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 Könnte man nochmal... Wie ging das nochmal weiter? Äh... Äh... Wie ASD? Ach, quitsch. So. Eins. Zwei. Laufen. Ein Baumroth kannst du halt nicht so schnell. Ja, ich kann... Ja, und ich kann nur zwei bauen. Weil? Wenn wir nicht haben, oder was? Ja, uns fehlt noch was. Zwei Stück ist schon mal besser als nix. Ja, mehr brauchen wir ja nicht eigentlich. Wir brauchen unbedingt Selbstschussanlagen. Denn ich habe nicht viele Freunde von dem Verdammt. Ich habe nicht alle Neus. Haben Sie auch eine andere Unterricht? Das ist die Hauptsame. czymisch. Ich habe ihn noch nicht. Ich hätte auch nicht. Ich habe ihn auch nicht geschaut. daran schließen man kaputt hat er so punkte in sammeln doch feil runter man